In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, geht es für Laura und John um Leben und Tod. Achtung! Spoiler! Dieser Text enthält Informationen zur GZSZ Folge 7841, die RTL am Mittwoch, 30. August 2023, um 19.40 Uhr, im Free-TV zeigt. Auf RTL Plus ist die Episode bereits am Abend, den 23. August zum Streamen verfügbar, Sternchen, wie immer mit einer Woche Vorlauf zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen. GZSZ, Laura und John kämpfen um ihr Leben. Laura, Krysensi Kavasi, und John, Felix von Jaschaov, haben sich nach Lauras Rückkehr aus dem Untergrund entschieden, in Berlin zu bleiben. Doch Auftragsmörderin Zoe, Lara Dandelion Seibert, hat nicht vor, die beiden in Ruhe zu lassen. Ganz im Gegenteil, verletzt, dass John sie nur benutzte, um an Informationen über den Verbleib seiner Freundin zu kommen, sind die Auftragsmörderin nun erst recht auf Rache. Außerdem sind ihre Hintermänner immer noch daran interessiert, Laura zu eliminieren, um wieder in den Besitz der 10 Millionen Euro zu kommen. Ich werde sie ausschalten, und Bachmann kriegt ihr obendrauf, verspricht sie ihnen am Handy. GZSZ, ein Hinterhalt für Zoe, währenddessen überlegen Laura, John und Sascha, wie sie Zoe in eine Falle locken können. Dafür gaukelt ihr John abermals Gefühle vor, und fragt sie nach einem Treffen. Allerdings hat sich Zoe auf Johns Nachricht nicht mehr gemeldet. Also müssen die drei davon ausgehen, dass sie sie durchschaut hat. Um endlich voranzukommen, hat Sascha eine Idee, wie man Zoe bei, frischer Tat, ertappen könnte. Ja, Zoe hat den Hinterhalt wirklich durchschaut. Sie verschafft sich Zugang zu Johns Wohnung, fest entschlossen, Laura zu töten. GZSZ Zoe hat John in ihrer Gewalt. Dann nimmt das Drama seinen Lauf. Laura wird von Zoe mit vorgehaltener Waffe in ihrer Gewalt gezwungen. Während sie verzweifelt versucht, einen Deal mit Zoe auszuhandeln, geht John davon aus, dass Laura ihrer Sehnsucht nach ihrer Mutter Yvonne, Gisa-Zach, nachgegeben hat. Als er aber mitbekommt, dass Yvonne nichts von Lauras Existenz zu wissen scheint, steigt Panik in ihm auf. Wird er seine Freundin retten können, oder stirbt einer der beiden Serien tot?